S S S S Hallo und jetzt kommt zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute für den 105er DAF XF zeige ich euch heute einen neuen Anbau-Mod, den ich sehr sehr cool finde. Jetzt passt mal auf. Nämlich Lampen. Lampen sind immer gut, sonst leuchtet jetzt kurz vor Ostern. Passt mal auf, da sind wir. Das ist dieser Paint Slot, das ist das Original, das kennen wir schon. Und dann sind hier jetzt einfach neue Slots hinzugekommen und da kann man hier schöne kleine Marker hinbasteln. Ich nehme jetzt mal die kleinen, diese LED Bohrmann Lampen oder Marker, die sind fast ein bisschen besser. Weil wenn ihr da zum Beispiel, ich kann es euch gleich noch mal kurz zeigen, hier zum Beispiel die Dicken hernimmt, die heller. Einfach mal Ding, ist egal. Das wirkt einfach zu groß, zu murchtig und deshalb sieht es ein bisschen doof aus. Deshalb kann ich euch hier nur die Heller Bormann Marker empfehlen. Die sind da besser. Die sind nicht so groß, nicht so breit und sieht ganz schick aus. Jetzt machen wir es mal hier und dann auf der anderen Seite und dann gucken wir auch mal, wie es dann löchtet und funkelt. Ich habe es ja immer schon wieder gesagt, es sollte mal hier im Showroom auch mal diesen Nachtmodus einfügen. Die sind irgendwie cool. Aber dann könnte ich mal meine Lichttests mal sparen, sondern könnte das hier in der Garage gleich machen. Oder hier in der Werkstatt. Das wäre cool. Aber ne, mein Licht kann wir einschalten, aber es ist noch leider zu dunkel. So, das wird jetzt so aussehen, hier diese Lampen, bam, 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 gekleistert und Ende auf der Seite und auf der anderen dann ganz genauso. So, jetzt gehen wir mal hier raus, das kaufen wir uns aber nicht, bestellen. Das hat aber wieder gekostet jetzt hier. So, machen wir die ganzen Lampen mal anmachen hier. So viele sind es jetzt eh nicht. So, so bitte. Ich muss doch fast noch mal kurz... Ich muss doch fast noch mal kurz um die Kurve schüsseln hier. Wir brauchen es nämlich dunkel. Dunkel? Ja, sie ist gut munkeln. So, dann machen wir das Licht an, oder? So, und so sieht es dann aus hier. Ich finde es eigentlich sehr interessant. Mir gefällt es. Ich finde es gut. Es hat was. Vielleicht muss man nicht so viele dran bauen. Oder vielleicht könnte man dem Grill noch mehr dran bauen, dass es noch ein bisschen besser absticht. Aber so würde es jetzt theoretisch ausschauen. Cool, oder? Also mir gefällt es. Leuchten muss es. Leuchten. Coole Sachen. Ja, mehr ist es im Prinzip nicht. Kleiner, aber feiner Mod. Und ja, habt ihr noch Fragen dazu? Dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentiert. Ansonsten lasst einen Daumen da, wie immer. Wirst du beschreiben, ne? Ansonsten Kanal abonnieren, die Glocke drücken oder aktivieren. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesen kleinen Slot-Mods hier, ne? Für den DAF XF 105. In diesem Sinn. Alles Gute Fahrt. Macht's gut. Bis bald. Und adios. aktiviert,as geht's. Mit��� moto. Einer. Burt du scherver extrace. Dann Cai.